Gedeon Burkhardt ist ein deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Regisseur. Karriere Anfang der 1990er Jahre wirkte Burkhardt in den deutschen Kinofilmen Kleine Haie und Abgeschminkt. Mit und war Nachfolger von Tobias Moretti als das »Härchen« von Kommissar Rex in der gleichnamigen Serie. Im Jahr 1999 wurde Gedeon Burkhardt für seine Rolle in Kommissar Rex als beliebtester Serienstar mit dem österreichischen Fernsehpreis Goldene Romy ausgezeichnet. Im Jahr 2001 spielte Burkhardt die Rolle des Reggie in der US-Produktion Superfire – Inferno in Oregon. Im Jahr 2006 übernahm er unter der Regie von Peter Thorwartt die Rolle des Mischa Hahn in dem Film »Goldene Zeiten«. Burkhardt erhielt eine Hauptrolle in Josef Wilsmeyers Film »Der letzte Zug«. In Quentin Tarantinos Film »Inglorious Basterds« spielte Burkhardt 2009 eine Nebenrolle. Von März 2007 bis April 2008 war er als Kriminalhauptkommissar Chris Ritter in Alarm für Cobra 11 die Autobahnpolizei zu sehen. Burkhardt lieh als Synchronsprecher und seine Stimme unter anderem Kino Reeves und Soakin Phoenix. 2011 nahm Gedeon Burkhardt mit seiner Tanzpartnerin Samantha Togni bei Ballando Conley Stelle teil, der italienischen Ausgabe von »Let's Dance«, die im Programm von Reihe 1 lief. Das Paar erreichte den 5. Platz. Im internationalen Spielfilm »Die Geliebte des Teufels« spielte Burkhardt den deutschen Franziska Elisabeth von Molo ist Schauspielerin. Burkhardt war 1996 für drei Monate verheiratet. Mit seiner früheren Freundin Philomena Janachwan hat er eine Tochter.